Wenn ihr abhängen wollt, da sind Kaffees, Restaurants. Da sind Bars, Kneipen. Wir sind in der Innenstadt noch, hier ist nicht so viel los, wir sind jetzt im botanischen Garten. So warm ist es auch nicht, aber jeder hängt ab heute, weil der Himmel blau ist. Ich hoffe ich werde nicht krank, morgen muss ich wieder arbeiten. Überall wo man hingeht, es gibt immer nackte Statue in Dänemann. Alles was man tun kann, fast in einer Stunde, bei zwei Stunden Aufenthalt. Wie viel Uhr haben wir jetzt? 15.10 Uhr. Na ja, langsam langsam. Mach ich mich auf den Weg zum Bahnhof. So, wenn euch das Video gefällt, teilen, abonnieren, kommentieren. Da, langsam langsam. Da, langsam langsam. Hey! Ich bin aus dem Weg zum Bahnhof. Ja, langsam langsam. Ich bin aus dem Weg zum Bahnhof. So, das ist mein Projekt, aber eher mein Projekt für 2024. Schön und Sonne in Kopenhagen. Sehr genießsam, ich wünsche es mir morgen noch einen Feiertag, ich komme hier wieder nochmal, da muss ich einiges mehr mitmachen hier, es ist voll cool.